Danke, dass du dir Zeit nimmst und mich nimmst. Ich weiß das zu schätzen, Schlossi. Also für mein Ferienhaus soll ich folgendes im Sinne. Bude für Bademeister. Hauke, ja leider, es ist Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen auf Außengestaltung gehen und da passt es doch, wenn man einen Bademeister hat. Willkommen zurück zu Animal Crossing Happy Home Paradise. Ah, dein Konzept gefällt mir wie immer echt gut. In Ordnung, Noni findet noch die passende Insel. Natürlich. Oh ja, und guck mal, da bietet sich doch die direkt an, oder? Abwohl die eigentlich noch besser, verdammt. Ich meine, ich weiß, wir können auch mehrere... Ah ja, das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, nehmen wir die. Man kann auch mehrere Leute auf eine Insel stellen. Also jetzt nicht nur in Duo, sondern halt tatsächlich könnte ich jetzt noch da ein drittes Haus bauen, das überschreibt es auch nicht. Ja, will ich aber nicht und ich muss sagen, mir gefällt das hier. Ich bin froh, dass ich endlich mal den Strand nutzen kann. Nicht übel, ich freue mich sogar drauf, Schlossi. Nun, Hauke, wir haben ein tolles Grundstück gefunden. Ich will es dir gleich ansehen. Äh, führst du ihn gleich dahin? Viel Erfolg schon mal bei der Gestaltung. Dankeschön, ich freue mich auch. Es geht weiter. Heute Hauke der Grießkram. Ich fand aber sein Konzept ganz cool, sonst würde ich ihn never ever nehmen. So. Wie gesagt, weil wir da uns in der Außengestaltung recht gut ausleben können. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir machen seine Innengestaltung wieder so ein kleines, minimales 4x4 Haus, wo wir halt... Gutes Gelingen, Schlossi. Danke. Wo wir halt nur so das Equipment der Bademeister, sagen wir mal, hin tun. Also, so eine Puppe zum Üben, die wir gerade schon in der Vorschau gesehen haben. Medizin, Kit und alles, was dazu gehört einfach. Also, ich meine mit der Puppe das hier. Genau. Und dann machen wir das doch mal. Ich würde heute auch die Sachen, die wir in der letzten Folge bekommen haben, heißt so eine Holzsäule und zwei Raumteiler... Wie viel Platz brauchen die denn? Brauchen schon zweimal zwei, ne? Und dann komme ich dann nicht mehr da durch, glaube ich. Moment. Ups. Aber wir können heute sowieso auch mal was testen, wenn ich das jetzt mit den Raumteilen nicht hinbekommen sollte. Ich glaube, so passt das. Oder noch eins nach hinten. Na? Doch. Okay. Eins nach hinten. Ach, come on. So, dann haben wir nämlich hier... Ah, ich muss schon die Fenster auszumachen. Oder? Ne, passt sogar. Okay. Eins, zwei. Ja, jetzt bin ich eins zu weit. Verdammt. So. Also, wir machen gleich mal die Fenster jetzt weg. Die passen mir nämlich jetzt nicht. Nope. Weil wir machen gleich sowieso ein eigenes Fenster. Was ich damit meine, das kann ich euch gleich zeigen. Ah, das bildet sich jetzt hier gar nicht mal so gut an. Ich möchte mal kurz gucken. Wie schaut es denn aus bei der Raumgröße? Sechs mal sechs, ne? Ui. Was ist denn da jetzt passiert? Das sollte nicht so sein. Ja, ich dachte es mir gerade schon. Das sollte nicht so sein, wirklich. Ne, also eigentlich muss das ein sechsmal... Also andersrum so sein. Wenn dann. All right. Dann duplizieren wir einmal reicht. Ah, verdammt. Jetzt passt das hier nicht. Ähm, genau. Dann... Ah, ne. Wir müssen wirklich tatsächlich sechsmal sechs machen. Ja, krass. Nope. Sechs mal sechs. So. Wenn man da halt noch durchkommt, ne? Ist ja logisch. Dann würde ich hier tatsächlich... Mal gucken. Was haben wir denn hier beim Auftrag so für Sachen? Ah ja, guck mal. So, Krankensachen, aber die würde ich tatsächlich nichts hier reinstellen. Sondern einfach da so in die Ecke. Erstmal. Denn hier wollte ich so... So die Lagerstätte machen. Patientenvorhang. Ach, cool. Okay, dann machen wir das jetzt mal nicht, was ich vorhatte. Ähm. So, wollte ich euch zeigen, wie man Fenster selber machen kann. So richtig große Frontfenster. Ich würde sagen, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Wenn ich dran denke. Okay, ja. Das finde ich jetzt eigentlich nicht schlecht hier. Aber ich würde es tatsächlich vielleicht sogar so machen. Ich weiß, es geht nicht ganz über. Sehe ich gerade. Aber egal. Das ist nicht so wichtig. Wir könnten theoretisch die Wand auch so hinstellen. Aber dann schaut das mit dem rechten Winkel nicht so toll aus. Äh. Oder wir machen halt nochmal... Hm. Moment. Nochmal hier eine Zwischenwand. Wie gesagt, es säue sich jetzt auch gar nicht so krass nach... Ja, wir machen... Ah ja, guck mal. Bin jetzt gar nicht mal schlecht. Machen wir hier dann so ein Bett. Und hier nochmal. Okay. Ja, passt doch. Dann kommt hier die medizinische Versorgung, von der ich schon vorher geredet habe. Heißt eigentlich viele von diesen Kids. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ähm. So, ne? Ja, okay. Genau. Das hier und das hier. Oh mein Gott, wie coole Sachen. Das hier und das hier. Yachtmodell. Ne, das kommt ja eher genau. Das alles kommt draußen hin. Das meine ich. Aber wir machen einfach so einen Strand für einen Bademeister. Ganz logisch. Denn natürlich wie immer... Das würde ich aber auch eher hier hinpacken. An die Wand vielleicht. So, dann die Anatomie eines Menschen. Ist ja auch ganz wichtig zu wissen. Kommt mal so. Na, das würde ich gleich alles ändern. So. Äh, Moment. Dann das mal hier hin. Andersrum. So. Ich weiß nicht, warum man das noch umgestalten sollte halt, ne? So. Und... Oder andersrum. Wait. So, Moment. Moment. So. Genau. Dann kann man den... Das wäre voll cool, wenn man den einfach da drauflegen könnte. Aber... Schaut schlecht aus, tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, wir machen den Menschen... Oh ja, guck mal. Das sind doch jetzt genau zwei Plätze. So. So. Okay. Äh, dann so eine hässliche Uhr. Genau, die braucht man hier auch. Also hier kommt der Wissensstand rein, wie ihr schon sehen könnt. Aha. Naja, komm, lassen wir das so. Das bedeutet für mich... Äh, wo bin ich denn gerade? Bei alles. Aha. Ne, bei Auftrag. Ja, die Löcher waren... Oh Gott, ey. Die gefällt mir ganz gut. Aber ich würde tatsächlich an die hier... ...ne schönere packen, einfach. Einfach eine schönere, wie... ...die hier. Ja. Das ist doch mal was, oder? Wieder noch dort? Ne, okay. All right. Wir wollten jetzt eigentlich nur einen Stuhl. Dann so ein... Boah, Alter, dieser Boden. Ja, komm, nehmen wir einfach einen Sandboden. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber... Egal. Dann diese Deckenlampe. Ich will jetzt wirklich gar nicht mal so viel Zeit hier verschwenden für... ...ääh, das hier, weil ich möchte eigentlich wirklich draußen den Fokus hinlegen. Muss ich ehrlich sagen. So, gut. Decke passt. Dann machen wir jetzt weiter mit... ...nem Hocker. Wo gibt's denn hier einen Hocker für mich? Da. Boah, aber die Farbe passt mir nicht. Genau. So. Dann das da drauf. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Okay, dann kann ja noch ein Medikit hier unten hin. Ah, bisschen was, hier passt ja noch eins. Obwohl, mir gefällt das dann doch hier ein bisschen besser. Weil dann könnte ich... ...dann könnte ich noch... Was gibt's denn hier noch so? Warum sind denn die ganzen Sachen empfohlen? Ich meine, draußen machen wir, wie gesagt, ein richtig tolles. Ich freue mich da schon drauf. Ähm, können wir hier noch... Hallo? Ist das wirklich so groß, oder wie? Hm. Ich muss mal kurz ein bisschen was wegpacken. Ich merke schon. So. Aber wenn ich da jetzt einen Aktenschrank noch hinmache, das wird halt nicht passen. Oder? Also klar, das muss wieder weg da. Der hier. Voll cool wäre das, wenn man die zwei übereinander stecken könnte, aber... ...das geht nicht, leider. Das kommt weg. Dann kommt da der Aktenschrank hin. Ja, sollte sogar passen, dass man noch durchlaufen kann. Dann haben wir gesagt... Ui. Ach, guck mal, wo die Figur jetzt liegt. Ah, das ist ja megageil. Ja, das finde ich toll. Das machen wir so. Beziehungsweise, wenn es da drauf liegen kann, dann kannst du auch bestimmt da drauf liegen. Moment, ich muss mal kurz... Come on, lass dich doch drehen. Ich bin zu voll gestellt hier. Dann muss das mal kurz hier weg. Moment. So. Hast du da drauf? Ja, wie chillig. Aber das sieht jetzt richtig aus, als würde gleich behandelt werden. Okay. Ja, sehr, sehr steril, sehr einfach gehalten. Aber so soll es ja auch. Ein Teppich passt halt auch nicht. Ein Krankenhaus ist ja meist ein bisschen kalt. Nee, das ist ja kein Krankenhaus. Fällt mir grad auf. Okay. Und dann kommen wir jetzt aber zum Gegenteil zu der warmen Außengestaltung, glaube ich. Ah ja, komm, so ein Rettungsding ist ja auch noch eigentlich. Machen wir ihn hier hin. Ah, beziehungsweise eigentlich... Kann man den auch hier hin packen. Ich hab jetzt gar nichts an die Wand gestellt, tatsächlich. Schauen wir mal. Ja klar, erstmal kochen. Erstmal kochen, wenn man da liegt. Nee, aber krass, was ist hier alles für Geräte, was für Items gibt. So detailreich auch wie das hier. Das ist so krass, ein EKG-Gerät. Richtig, ich freu mich richtig einfach darüber. Es ist richtig gut geworden. Okay, ähm... Genau, wir wollten ja... Jetzt weiß ich wieder. Wir wollten an die Wand eigentlich ziemlich viel Wissen packen. Aber es geht eigentlich auch hier. Ganz gut. Immer natürlich in einer anderen Farbe. Ah, jetzt hätte ich gar nicht umgestalten sollen. Stimmt. So. Und... So. Fröhlich. Also ich weiß nicht, ob das hier so fröhlich sein sollte. Ah ja, jetzt also. Standard. Und eins noch. Machen wir so und... So. Sollte passen. Ja, okay. Gut. Dann fehlt hier noch genau diese ekelhafte Uhr. Man kennt's. Dann, äh... Jetzt bin ich wieder hier weg von der Ding. Luftfilter. Klar, damit man sich nicht ansteckt. Falls man krank ist. Aber gut, dann sollte man eigentlich nicht zum Strand gehen, ne? Ah ja, ein Fernseher. Ja, natürlich. Nehme ich mal hier hin. Der ist ja so teuer. Ähm... Lichtschalter. Ganz hässliche. Ich mache das gerade mit Absicht so farblos hässlich. Keine Ahnung. Ich finde irgendwie, das passt halt, ne? Wo ein Ventilator ist. Auch gar nicht mal schlecht. Den packe ich mal hier hin. Okay. Und dann da oben vielleicht nochmal, äh... Tatsächlich mal... Eine Pflanze. Ja, weil Kokos passt hier ja auch gar nicht mal schlecht. Weil, wie gesagt, wir sind immer noch am Strand. Kann man das ja ab und zu mal hier hinpacken. So, jetzt schaut das... Sehr gut. So hässlich aus, wie ich's wollte. Das ist also zur Behandlung. Man kommt hier rein, kann gleich behandelt werden. Man hat sogar ein bisschen Privatsphäre. Finde ich super. Lassen wir so. Aber wie gesagt, das Foto kommt sowieso nicht in diesem hässlichen Innenraum. Sondern wir machen jetzt einen wunderbaren Außengestaltung. Mit richtig toll viel für ihn. Das kommt mal weg. Das blockiert mich ein bisschen. Und wir machen jetzt wieder die Taktik. Alles hinballern, was hin soll. Oh ja, okay. Das sind alles Riesensachen. Alles klar. So, also es wird jetzt ein Classical Strand einfach nur. Deswegen freue ich mich da. Dafür haben wir auch ein... Ne? Badetücher gibt's nicht, oder wie? Ah, guck mal. Ja, die sind Strandschirmpfung. Yo, das ging jetzt flott. Dass es tatsächlich voll wurde. Ich überlege mir gerade, ob ich sein Haus irgendwie hier hinstelle. Oh. Was war das denn? Nochmal. Sieht geil aus. Ich muss sagen, ich mag sein Haus. Aber nicht hier. Na, man sieht halt hinter das Haus so schlecht. Deswegen würde ich das tatsächlich schon so lassen. Das kommt auf jeden Fall beim... Oh nein, das passt da sogar. Darf halt nicht... Ah ja, okay. Wegen dem Strand. Deswegen geht's da nicht. Gerade eigentlich. Der Leuchtturm kann eigentlich... Ne, nicht hinter das Haus. Alles klar. Okay, das hört ganz schön weird hier alles noch aus. Es wird gleich noch. Keine Sorge. Es wird gleich noch alles. Leuchtturm würde ich tatsächlich auch hier hinpacken. Ich muss mal kurz hier alles... Na. Ich muss hier alles einzeln packen anscheinend. So. Na, es ist jetzt noch mehr mittig halt. Ne, ich mag das eigentlich, wo es gerade stand. So. Dann wird das Boot halt doch woanders... Vielleicht werde ich das Boot gar nicht leider hinstellen können. Übrigens, wir sind hier ja am späten Nachmittag schon. Soll schon... Ja, das war ganz gut. Nice. Regnet's? Ne. Ein schöner Strandtag, ne? So. Aber ja, das Licht ist halt noch nicht an, ne? Na, dann würde ich sagen, wir machen hier das Boot. Wir gucken mal kurz, was man da so färben kann. Oh, wow. Oh, ne. Wir sind ein schöner Strand. Wir haben... Das sieht irgendwie am modernsten aus. Keine Ahnung. Horizons. Ah, cool. Dann lassen wir es auch gleich in Rot. Dann machen wir so einen roten... Green. Mhm. Ja, da ist es ja. Genau. Ich verbinde auch irgendwie Bademeister mit Rot. Keine Ahnung. Warum? Und das dazwischen. Machen wir noch einen hin. Schon ein cooles Ding. Ich muss sagen, so ein Bademeister-Teil sieht schon chillig aus. So. Was mir jetzt noch gar nicht ins Dings passt. Ich würde... Ich würde... Ich habe ja gesagt, ein kleines... Ach, komm. Das hätte ich jetzt früher machen müssen, oder wie? Ja, und was liegt es denn? An dem hier wahrscheinlich. Gemein, das ist so komplett... Ist nicht genug Platz. Also, wie riesig ist denn dann ein normales Haus, bitte? Muss das hier auch noch weg, wahrscheinlich. Jetzt da. Ich finde es nämlich schon am besten. Ja, sicher. Hallo, wie viel Platz braucht denn das Haus? Wenn ich es hier mache... Dann kommt Safe wieder von vorne. Ne, jetzt da. Ja, finde ich viel besser. Finde ich wirklich viel besser. Dann muss ich jetzt doch hier hinten hinstellen. Und dann passt das Boot nicht. Oh, das ist ja alles hier... Alles ist nicht so stimmig heute. Aber ich mag dieses Haus-Design. Ja, da muss ich das Boot mal kurz entfernen, weil es passt jetzt gerade nirgends. Ich glaube, ich vergesse es nicht. Wenn das hier alles... Ja, ich dachte es mir gerade schon. Wenn das hier mal kurz auch... In diese Ecke geht. So, jetzt habe ich hier freien Raum, wirklich. So. Ja, okay. Mehr als so geht es nicht. Naja. Dann, das passt eigentlich. Das passt eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann passt hier der Leuchtturm. Jawohl. Und da das Boot. Hoffentlich. Boot. Da war es. So. Tatsächlich. Super. Okay. Immerhin, das geht jetzt auch. Okay, das schaut ja ganz schön weird aus. Ne, und dann haben wir auch gesagt im Rot. Mit Horizons. Oder was gab es denn noch? Naja, doch. Ein Horizons-Lokus. Toll. Hier machen wir jetzt auch das... Ah, okay. Natürlich hat man jetzt hier nicht so viel Auswahl. Ah, dann würde ich tatsächlich hier eine weiße Tür machen. Und einen schönen Kranz. Was passt denn zum Strand? Vielleicht, ah, ne, Stöcke eigentlich nicht. Welcome. Naja, obwohl das... Hier klappt man weder nicht so gerne hin. Ich kann aber nicht immer das Gusseisen nehmen. Das finde ich irgendwie auch doof. Gut, machen wir so. Das kommt dann da hin. Okay. Ja, jetzt finde ich es gar nicht mehr so schlecht. Dann, wie gesagt, die Strandteile kommen dorthin. Jetzt haben wir halt so viel Platz plötzlich. Keine Ahnung warum. Naja, ähm, so haben wir ja gesagt. Kann man den da drauf sitzen? Ich glaube nicht, ne? Ne, leider nicht. Na, wir werden ihn jetzt mal kurz umziehen. Bitte gibt es so ein passendes Outfit. Oh man, was ist das denn? Ah. Ah, ja, guck mal. Das sind tatsächlich die Outfits, die man anziehen soll. Also sein Outfit verstehe ich gar nicht. Aber gut. So, trägt er eine Brille? Nope, ich glaube nicht. Ne. Ah man, jetzt habe ich es vergessen. Es gibt wieder. Mano. Ja, machen wir... Ich meine, Rot ist einfach auch sein... Seine Augen, ne? Ist einfach seine Farbe jetzt. Ja, er sticht jetzt nicht so raus. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das Boot, damit es nicht alles komplett eintönig ist. Machen wir das Boot tatsächlich mal so. Ah ja, das hatten wir ja. Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Okay. Dann, äh, ne Sandburg. Kann ja dann da hin. Eigentlich ja zwei Sandburgen. Eigentlich hier auch noch eine. Ja, klar. Und dann die Schildkröte. Auf jeden Fall. Ah, aber habe ich dieses Muschelteil? Eigentlich sollte ich es ja haben, ne? Boah, keine Ahnung, wo ich das jetzt suchen soll. Dieses Muschelteil. Wo ist denn das? Was ist das? Ach, Protokoll? Ne. Äh, auch alles. Alles. Okay, das Muschel. Ich weiß halt nicht. Ist das alphabetisch sortiert? Moment, wir sortieren mal alphabetisch. Und dann gehen wir auf M. Vielleicht gibt es das ja. Mich gibt es nicht auch, weil... Okay, ja, der Katalog ist schon echt groß. K. L. M. N. A. M. Ist ja schon längst da. L. M. N. Ah, hier. Muu. Ja, ja, ja. Ja, nice. Okay, dann können wir ein paar Schildkröten zaubern. Ähm. Das habe ich ja eh viel zu selten auf meiner Insel gemacht. Dafür, dass ich mir das Design geholt habe. So. So. Da kommt eine hin. Da kommt eine hin. Und. Da noch eine. Okay. Also jetzt vorerst mal, ne? Dann nehmen wir das... Ach, okay. Dann nehmen wir halt doch nicht das andere. Oh, wir müssen mal wieder mit ein paar Zäunen arbeiten. Wie wäre es denn? Erst mal gucken. Was haben wir denn da alles so? Ja, ich glaube, ich finde den Parkzaunen nicht schlecht hier. Ja. Den nehmen wir. Auch in weiß nicht. Ich würde ihn tatsächlich jetzt... Wie tue ich den denn umgestalten? Varianten jetzt da. Gibt es denn... Ja, in rot natürlich. Aber will ich jetzt nicht. Rot-gelb ist ein bisschen too much, oder? Ah, Pult finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich mir das so anschaue. Ehrlich gesagt. War ein bisschen aus wie ein McDonalds-Zaun. Naja, so. Und wie das Ganze funktioniert, das habe ich ja schon mal gezeigt. Ja, es kann... Ah ja, so rum. Genau. Okay. Dann passt das so. Wir machen aber natürlich drei verschiedene Schildkröten. So, hier kommt dann mal... So, eine in rosa. Und hier nochmal eine in... Keimut passt nicht. In der Farbe. Oh, es schaut so cute aus. Ich will noch mehr davon. Dann wähle ich hier noch eine hin. Ich weiß, es ist dann eher so ein... Ja, gestrandetes Schildkröten-Strand. Aber egal. Jawohl. Ah, das sieht so witzig aus. Ich mag es richtig gerne. Jawohl. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gucken, dass wir uns die anderen Designs auch nochmal anschauen. Ich habe ja genügend Stranddesigns. So. Dann da ganz hinten. Ja, das finde ich gar nicht mal schlecht. Hier. Und auch nochmal hier. Klar, da sieht man es nicht, aber es ist ja wurscht. So, und dann habe ich mir gedacht, ein Strandtuch. Ich weiß nicht, warum mir das nicht vorgeschlagen wird. Das ist ein bisschen komisch. Hm. Ah, das findet er gut. Das freut mich. So, das Radio ist ja eh so ein bisschen laut. Ähm, was wollten wir jetzt? Ah, ein Strandtuch. Ja gut, Strand ist ja ganz unten. Meine Güte. Sind wir schon bei QRS? Ja, kommt ja jetzt. Nice. Ah, ja, das passt hier auch nicht schlecht. Die Party geht nicht so hübsch. Ich liebe sie so sehr. Ich könnte die immer einstellen, überall. So. Ja gut, wir müssen ja noch so weit runter. So. Höchstisch. Hier müsste es irgendwo sein. Kommt jetzt. Ja, hier. Strandtuch. Da ist es ja. Oh wow, okay. Es ist tatsächlich neu. Das heißt, wir hätten das einfach so nehmen können. Naja. Ist ja jetzt egal. Dann die Surfbretter würde ich tatsächlich mal hier zwei Stück hinstellen. Ja, zwei, dachte ich mir schon. Obwohl, passt dann noch eins? Ja. Nice. Aber andere Farben. Ich meine, man hat man denn bitte schon dieselben Sachen bitte. Machen wir noch das hier. Passt doch. Okay. Dann passen hier zwei Strandtücher mit Abstand. So. Jawohl. Da auch wieder andere Farben. Es wird jetzt gerade ein bisschen bunt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, nee. Rotstreifen bleibt nicht alleine. Das ist hübsch. Das gefällt mir richtig gut. So, dann so ein Erste-Hilfe-Kasten. Der kann noch da hin. Oder passt der da? Oh, das wäre so cool. Aber ich glaube nicht, oder? Ja, schade. Da wäre es richtig gut. Naja. Okay. Dann, ne? Können wir die auch da hinter? Ah, woher die passen wir da? Da davor. Das kommt so hin. Der kommt da hin. Und dann passen da nochmal Strandtücher. Beziehungsweise ein Strandtuch. Habe ich gerade. Gut. Es ist jetzt nicht sehr voll. Aber was ich auch ganz cool fände, ist, als würde man das zeichnen, weil einem langweilig ist. So Vögel. Wobei, das könnte ja auch ein Schatten sein, sehe ich gerade. Ach, guck mal. Hier passt noch was hin. Dann schauen wir jetzt nochmal gleich bei Auftrag, würde ich sagen. Ach, krass. Guck mal. Beim Protokal kann man sogar die verschiedenen Formen, die man benutzt hat. Sehr schön. Gut. Was nehme ich denn? Also ich meine, draußen müssen wir es jetzt wirklich nicht machen. Ich würde tatsächlich, auch wenn es ganz weird ausschaut, würde ich... Jetzt ist halt die Frage, wenn ich... Ach komm, warum habe ich das jetzt nur so länglich? Hm. Ah ja, hier. Das da nehmen wir einfach mal. So einen direkten Weg von denen jetzt. Achso, das kann ich ja nicht von hier nehmen. Bis zum Strand. Bis zum Haus, damit man weiß, okay, da soll ich langlaufen, wenn ich verletzt bin. Das finde ich gar nicht schlecht. So. Ich habe es wieder mal verkackt, ich weiß. So. Hätte ich gleich machen können vorher. All right. Ah, beziehungsweise wisst ihr was? Eigentlich eher hier, ne? Oh man. Dann jetzt die Mitte. Und so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Die Sache ist... Ich kann jetzt mal kurz gucken. Wie schaut denn das aus bei dem hier? Oh, jetzt ist die Schildkröte weg. Es schaut jetzt aus, als wäre sie einfach in den Panzer reingegangen. Ja, wir machen es tatsächlich sogar so. Aber klar, die Schildkröte darf man nicht überschreiben. Und das muss dann auch so sein. Ach, guck mal, dass man das da ganz durchmachen kann. Ne, das muss wieder weg. Jetzt halt noch, wie gesagt, die... Äh, Moment, kann ich eigentlich auch... Kann ich eigentlich auch so machen? Das würde jetzt besser hinpassen. Ja, sehr gut. Fast besser, weil dann kann ich dieses Designs hier komplett entfernen. Okay, und dann sind wir eigentlich auch schon tatsächlich fast fertig. So. Ja, okay. Passt doch. Das ist wie so eine Stufe mäßig. Gefällt mir, gefällt mir. Da hinten kann man noch... Ne, kann man nicht. Okay, noch nicht mehr eine Schildkröte hinpacken. Hier würde noch einer hinpassen, aber das ist dann, glaube ich, too much tatsächlich. Ja, okay. Aber wir können hier noch mitten auf dem Weg so einen Mond packen. Fast. Und hier noch. Ja, okay. Das ist es. Ich mag es draußen viel lieber, muss ich sagen. Deswegen machen wir jetzt auch hier die Gestaltung. Oh ja, mir gefällt es richtig gut. Hm, wie schaut es schön aus mit den Ferien aus? Es ist fertig. Drinnen ist so, hm, sehr, sehr steril alles. Aber draußen finde ich es wirklich toll. Richtig heimisch. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie ich mir den Kopf hinstecken soll. Mann, Mann, Mann. Ich muss alles unter die Lupe nehmen, muss ich nicht sagen. Es gefällt mir. Dass du dir Zeit gelassen hast. Alles richtig zu machen. Na klar doch. Manchmal jedem Auftrag. Ich habe jetzt auch keinen Weg gelegt, weil das braucht man hier nicht. Am Strand gibt es doch keine Wege so. Sorry, aber das Foto fand ich vielleicht nicht schlecht. Vielleicht spare ich mir mal die... Also vielleicht merke ich mir diese Kameraposition. Oh, von oben ist auch geil. Oh, als ob ich ihn aufmachen kann. Ja, von oben gefällt mir auch richtig gut. Ich werde gleich noch die perfekte Ding machen. Das gefällt mir auch. Also ja, nur gute Perspektiven hier. Ja, krass. Wir werden das gleich nochmal austüfteln, ganz klar. Aber ich finde, ich muss sagen, ich finde dieses Haus gut, dass wir das jetzt genommen haben. Es passt halt am besten in so ein kleines Strandhaus. Wir sind halt bei allen anderen, würde das nicht passen. Jetzt schau sich einer an. Du weißt echt, was du machst, Slushie. Und jetzt als ich fertig ist, kannst du dich gerne etwas bei mir ausholen, falls du was tun möchtest. Darf ich Fotos machen? Fotos? Na klar, mach so viele du willst. Gib mir einfach nur Bescheid, wenn du welche machst, ne? Ja, ja, ganz klar, mach ich. Ähm, ja, du sollst bitte dann wirklich an dein Set jetzt hier gehen. Dann gehe ich nämlich neben ihn. Oh wow, das ist ja toll cool, was er gerade macht. Hä? Ah, stimmt, draußen hat man ja nur die bestimmten Kameraperspektiven. Naja, ich finde eigentlich das tatsächlich schon so, wie es jetzt gerade ist, nicht schlecht. Ich muss ihm mal kurz, äh, kurz ne Emotion beibringen, weil... Bitteschön. Er reagiert nicht, okay. Hallo? Nee, Juppie nicht. Warte, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Oh ja, Gott sei Dank war das der Richtige. Warum machst du denn nicht mit, Mann? Was soll denn das? Äh, ich glaube, er fühlt es richtig, wenn er fotografiert wird. Nö. Okay. Yoga. Komm, trainier mit mir. Trainier mit mir. Jo, 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 jo. Hallo? Er reagiert nicht mal auf mich, das finde ich echt gemein. Okay. Wisst ihr was? Wir schauen uns einfach mal das Foto an, das wir schon geschossen haben. Ja, das ist eigentlich echt gut. Muss ich echt sagen. Er schaut sogar hin. Das nehmen wir. Ich finde es toll. Wirklich. Man sieht alles, man sieht das ganze Grundstück. Man sieht vor allem von so weit oben auch. Wir haben ja nur die eingeschränkte Kameraperspektive. Okay. Dankeschön, Hauke. Nur weil ich es nicht oft genug erwähnt habe. Du kannst dir wirklich Zeit lassen. Alles super. Ist auch echt gut gemacht. Gut, aber jetzt muss ich leider los. Ich habe noch andere Klienten. Noch viele zukünftige, die schon bald auch so glücklich sein werden wie du. Ach, Noni, willkommen zurück. Hier sind deine 12.000, wie immer. Dankeschön. Man kann ja wirklich noch so krass viel aufsteigen, ne? Gerade eben habe ich noch mit Sigmar für deine harte Arbeit gelobt. Ich habe ihn niemals so erfolgreich erlebt. Oha. Stimmt doch, oder, Sigmar? Gerade eben war er noch da. Ach, er bewegt sich immer so schnell. Er muss heimausgegangen sein, aus dem Meer zu sehen. So verbringt er seine Pause immer. Weißt du was? Wir sollten auch eine Pause einlegen. Zumindest bis er zurückkommt. Oh yeah. Okay, dann ab zur Suche. Wir suchen Sigmar. Ich freue mich. Und ich kann mir schon recht gut vorstellen, wo er sich denn den entspanntesten Spot der Insel ausgesucht hat. Und zwar wird das hier sein. Ich habe mich heute nicht angezogen. Ich sehe es schon. Aber ja, tatsächlich. Wir saßen hier ja schon mal zwar richtig. Oh, das erinnert mich an Zelda Link's Awakening. Sehr stark sogar, wie man da so dran sitzt. Fehlt nur noch die zweite Palme da rechts noch. So genau hin. Söbst du die Geräusche der Welt? Wie die Wellen brechen, während der Wind sie vor sich erträgt? Ja, wunderschön. Progegesang kann ich mit der Natur verbinden. Nur durch bloßes Zuhören. Wenn du dich mit diesen Geräuschen der Natur umgibst, dann können Frieden und Entspannung dein sein. Ich denke... Ich denke, ich gehe jetzt zurück. Werden wir uns wieder hier treffen? Ja, safe. Sehr gerne. Ich mag ja seinen Style sehr gerne. Erinnert mich sehr an einen Morlord, wenn man jetzt das auf Pokémon überträgt. Nicht so schöner als die Geräuschkulisse dieser Natur. Oh, diese Klänge wären toll in einem Haus. Im Einrichtungsmodus müsste ich einfach nur Dings wählen. Das ist also neu. Doch wie das Ganze funktioniert, werden wir uns in der nächsten Folge von Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise anschauen. Dort sehen wir uns wieder. Habt bis dort hin einen traumhaft schönen Tag. Und bis dorthin. Ciao. Musik 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 Musik